hallo und herzlich willkommen zu der nächsten folge battlefield 3 die story wollte ich sagen ich bin mensomania und wünsche euch viel spaß beim zuschauen wir machen weiter der stelle wo wir aufgehört haben letztes mal und zwar müssen wir al bashir hier weg bringen und ich soll die straße sichern 6 3 3 4 5 5 Vielen Dank. 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 Ja, wir sind nicht hier, um einen Schönheitspreis zu gewinnen. Im Moment will ich eigentlich nur überleben. Vielen Dank. 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 Okay. Adrenalin. Alles so spannend. Kann man gar nicht viel reden, wenn die da im Gang sind. Gehe ich auch einiges unter. Aber macht Bock. Macht richtig Bock. Okay. Okay. Ich frage mich, ob der Sound laut genug vom Spiel ist. Mach mal ein bisschen lauter, sicher ist sicher. Ich frage mich, ob der Sound laut genug vom Spiel ist. Ich frage mich, ob der Sound laut genug vom Spiel ist. Wut, ich auch, Mist, verdammt, ging gar nicht gesehen. Echt? Hat das was zu bedeuten? Ja. Frage. Wahrscheinlich werde ich sterben, weil du das gesehen hast. So, zeig dein Körbchen. Boah. Da wo sitzt der? Ah, da ist noch einer. Oh, zeig dein Körbchen. Ciao. Tschüss. hinter dem stein what the hell ich mache hier einen cut bevor wir jetzt hier loslaufen vielen dank fürs zuschauen boah bin ich durch wenn euch das gefallen hat lasst mir daumen hoch da abo button klicken nicht vergessen dann verpasst auch die nächste spannende folge nicht und dann sage ich